The Batman aus dem Jahre 2022 mit Robert Pattinson in der Hauptrolle als Bruce Wayne alias The Batman alias der weltbeste Detektiv dürfte wohl das Release der Woche für die meisten Filmfans und Freunde sein. Hier sehen wir die Blu-ray, die Steelbooks sind ja bereits ausverkauft und auch da wird es vereinzelt wahrscheinlich nur noch ein paar Exemplare in den Märkten geben. Die Special Collectors Edition lässt noch ein paar Tage auf sich warten. Das offizielle Release Datum wird hier mit dem 28. Juli angegeben. Also falls ihr euch fragt, warum erscheint denn nicht auch diese Edition zeitgleich hier mit den DVDs, Blu-rays, 4K Versionen und auch den genannten Steelbooks. Tja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei uns in Germany wird das Ganze erst ab dem 28. Juli 2022 erscheinen. Zum Film habe ich bereits meine Meinung abgegeben. Meine Review dazu verlinke ich euch selbstverständlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Mir hat der Film wahnsinnig gut gefallen und deswegen fand ich dieses lieblos gestaltende Steelbook von Warner Brothers auch absolut unwürdig für diesen tollen Film. Dass Warner Brothers es besser kann, das haben sie in der Vergangenheit bereits bewiesen und dazu habe ich euch ein Video veröffentlicht mit meinem persönlichen Top 10 Steelbooks von Warner Brothers aus meiner eigenen Collection. Auch dazu findet ihr selbstverständlich das Video nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wir machen weiter mit Liquorice Pizza, ein Film von Paul Thomas Anderson, der die 70er Jahre wieder aufleben lässt. Es geht hier um einen 15-jährigen Typen, der sich in ein 10 Jahre älteres Mädchen, besser gesagt Frau, verliebt und diese einlädt in sein Lieblingsrestaurant. Also die beiden sich immer mehr näher kommen im Verlauf der Zeit, aber das Leben natürlich einige Probleme mit sich bringt. Es sind etliche Gaststars hier mit am Start, wie wir lesen können. Also Sean Penn ist auch mit dabei und auch Bradley Cooper. Der Film hat sehr gute Kritiken bekommen und für alle Leute, die eben auf die 70er Jahre stehen. Und vor allem eben solche Filme von Paul Thomas Anderson mögen. Für die ist dieser Film natürlich ein absolutes Muss ab dem 2. Juni verfügbar auf Blu-ray und auch auf DVD. Wir machen weiter mit die Gangster Gang, einen Animationsspaß für die ganze Familie. Hier geht es um ein paar Ganoven, insgesamt 5 Stück an der Anzahl, die früher so ein paar spektakuläre Raubüberfälle gemacht haben, dann geschnappt werden und ihre Fähigkeiten zum Guten einsetzen müssen. Ich habe den Film im Kino gesehen, war begeistert. Ist ein echt toller Animationsspaß mit sehr liebenswerten und witzigen Charakteren. Und natürlich verläuft er nach dem Schema F, aber das muss ja auch gar nicht so monstermäßig mit irgendwelchen Twists sein. Und Hauptsache gute, liebenswerte, schön animierte Charaktere. Und dann hat man schon seinen Spaß, auch nicht so Pipi-Kacka-Humor, sondern auch durchaus etwas für Erwachsene. Also ich kann den Film auf jeden Fall jeden nur Wärmstanz empfehlen. Wir machen weiter mit The Last Son, Dead or Alive. Zu diesem Film habe ich euch bereits eine Review präsentiert auf meinem Kanal. Da geht es darum, dass Sam Worthington, den wir ja alle aus Avatar kennen und der dann natürlich auch in Avatar 2 wieder mitspielen wird, einen Mann spielt, der sich der Armee anschließt, so Ende des 19. Jahrhunderts hier, um gegen einen Indianerstamm anzukämpfen. Da wird er dann vom Häuptling mit einem Fluch belegt, der besagt, dass er von seiner eigenen Saat getötet werden soll. Und so zieht er dann durchs Lande und sucht alle Orte auf, an denen er früher gewesen ist. Er hat keine Gewissensbisse gehabt, sich durch die Weltgeschichte zu vögeln, auf gut Deutsch gesagt. Und überall dann auch noch ein paar Sprösslinge hinterlassen. Und diese versucht er dann zu töten, bevor sie ihn töten. Aber ihm sind dann auch noch ein US-Marshal auf den Fersen und auch noch ein paar Kopfgeldjäger. Und so spitzt sich das Ganze dann bis zum Ende blutig zusammen. Wenn ihr mehr wissen wollt über den Film, dann guckt euch meine Review dazu an. Ich verlinke euch das selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Wir haben hier einen Horrorfilm noch mit Thomas Jane. Und Thomas Jane, den haben wir doch gerade eben gesehen, richtig, der spielt auch in The Last Sun mit. Da eher so eine kleinere Hauptrolle, aber wie immer sehr charismatisch und sympathisch. Und hier haben wir ihn dann nochmal in Hunters Moon, die Nacht des Wolfes. Hier wird eine Party von ein paar Jugendlichen überfallen. Die rufen den Sheriff, der taucht dann auf. Das ist Thomas Jane. Doch es gab dann hier noch ein Monster, das im Wald behaust ist. Und das dann durch den ganzen Lärm hier auch aufgeschreckt wird und aufmerksam wird auf die Party. Also da kann es richtig gut abgehen. Wir haben noch ein paar bekannte Gesichter aus dem B-Movie-Section. Und ich denke mal, das könnte durchaus einen Blick wert sein. Ab dem 3. Juni können wir uns das Ganze angucken. Entweder auf Blu-Ray, DVD oder eben natürlich auch streamen. Wir machen weiter mit Stay Alive Tödliche Gier. Und hier haben wir dann auch ein paar Jugendliche, die in einer Goldmine nach einem Schatz suchen. Die Goldmine ist aber verflucht. Das wissen Sie, lassen sich da aber nicht reinquatschen in Ihren Plan. Und so kommt es dann zur Katastrophe, weil die Goldmine natürlich ein finsteres Geheimnis verbirgt. So sieht das Ganze aus. Wenn wir uns die Bilder hier nochmal angucken, könnte ein solider Horror-Thriller werden. Dann haben wir noch The Job. Es gibt nur eine Regel. Das dürfte dann auch so eher ein C-Movie sein. Aber vielleicht für Leute, die auf Action-Thriller stehen, was ganz interessant ist. Hier geht es um einen jungen, aufstrebenden Koch, der eine Menge Kohle braucht. Und deswegen lässt er sich hier auf einen verrückten Deal ein. Soll da was transportieren, aber auch nicht in den Kofferraum schauen. Und natürlich kommt alles anders, als man denkt und auch anders, als er sich vorgestellt hat. Wenn wir uns die Bilder angucken, dann sieht das Ganze schon richtig nach C-Movie aus. Aber ab und zu ist ja da immer auch ein kleiner Überraschungshit dabei. Und vielleicht könnte eben The Job einer dieser Filme sein. So ein kleiner Geheimtipp. Dann haben wir noch Parallele Mütter mit Penelope Cruz in der Hauptrolle. Unter anderem hier geht es um zwei Frauen, die ungewollt schwanger werden. Sie sind auch unterschiedlichen Alters. Penelope Cruz ist hier heilfroh und freut sich über das Kind. Und da haben wir dann noch eine junge werdende Mutter, die überhaupt nicht begeistert ist davon. Die beiden lernen sich auf der Krankenstation kennen und immer näher und besser kennen. Und dann passiert aber plötzlich etwas, was das Leben von den beiden auf den Kopf stellen wird. Ja, für Leute, die sich gerne Dramen angucken, ist das bestimmt ein Geheimtipp. Möchte ich jetzt schon fast nicht mehr sagen, weil der Film hat ziemlich gute Bewertungen bekommen. Auch bei IMDb so bei ungefähr 7,5 oder so. Also das könnte durchaus ein Film sein für alle Leute, die eben auf so Arthouse-Produktionen stehen. Dann haben wir noch Pirates of the Caribbean hier mit Johnny Depp in 4K. Hier werden die ersten vier Teile in 4K neu veröffentlicht. Warum nicht den fünften Teil? Das weiß ich leider aktuell nicht. Aktuell kämpft ja Johnny gegen Amber Hart hier vor Gericht. Und es sieht gut aus, dass er sie der Lüge überführen konnte. Und zwar mehrfach, um dass er endlich seinen Ruf wieder reinwaschen kann. Niemals würde er aber wieder mit Disney zusammenarbeiten. Das hat er gesagt, selbst wenn sie ihm 300 Millionen bieten würden und noch 100 Alpakas, würde er das nicht machen. Und ja, sehr, sehr schade, denn für mich gibt es auch nur einen Jack Sparrow. Und damit ist diese Sage eigentlich schon für mich dann vorbei ohne ihn. Weiter machen wir mit Stehlande Schwingen. Und hier haben wir einen Kriegsfilm 1942 rum. Da kämpft das US-Militär hier im Südpazifik gegen die Japaner. Wir haben John Wayne hier in der Hauptrolle. Unter anderem, hier können wir uns noch ein paar Bilder angucken. Das Ganze ist HD, neu abgetastet, limitiert auf 850 Exemplare. Kommt in Lederoptik daher und mit verbessertem Mittelsteg und auch dickerem Papier. Wie wir das jetzt eben von diesen neueren Hanses Sound Media Books her kennen. Hier haben wir dann noch die zweite Cover-Variante. Und damit soll es das gewesen sein mit einer Auswahl an Blu-ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche, die ich mal andersrum gestaltet habe. Wollte unbedingt mal mit den Neuheiten beginnen, nicht unbedingt mit den Sondereditionen. Ich denke, das kann man durchaus öfter so machen. Oder was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Und das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Ich bedanke mich fürs Zusehen.